Wir sind heute in Postkort 40878VP in Ratingen. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier räumen richtig ab bei unserer Sonderverlosung. Giuliano Lenz, Deutsche Postkornoterie. Überraschung! Das erste Mal, dass ich was gewonnen habe. Noch eins. Überraschung! Super! Giuliano Lenz, Deutsche Postkornoterie. Überraschung! Guten Morgen! Herzlichen Glückwunsch! Super! Dankeschön! Ich habe gerade 20.000 Euro gewonnen und ich bin sprachlos. Was mache ich damit? Mit den Kindern mal was unternehmen und dann Urlaub machen. Man macht viel mit der Lotterie und so weiter mit, aber dass man da auch mal was gewinnt und dann gleich 20.000 Euro, das läuft wunderbar. Der Tag hat sich gelohnt. Dadurch, dass ich auch noch ehrenamtlich tätig bin bei der Feuerwehr, habe ich mir überlegt, ich mache das hier was für die Gemeinde oder für Deutschland, mache was für mich und mache was für den Rest der Welt. Super! Super! Ja gut, als Rentner kriegt man ja sowieso nicht viel und deswegen kommt das gerade richtig für meinen Lebensstil wieder ein bisschen zu erhöhen. Bis jetzt mussten wir eh mal rechnen. Jeden Monat. Aber jetzt hat sich das erledigt. Jetzt kann ich ein bisschen ruhiger schlafen. Ich hatte das im Fernsehen gesehen. Ich denke, beim Lotto ist nie was rausgekommen. Ich sage, dann versuch's mal da. Und ich hatte wieder Recht behalten. Und ich hatte gehört, dann macht das som kale. Und wir符間 sind keineile. Nein, ich habe gehe�onщину damit. Ich hatte einen Verburteil.